Es scheint, dass die Sussexes angeblich in Portugal ein neues Zuhause gefunden haben. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem gemunkelten Palast nichts anderes als ein Grundstück in einer unvollendeten Anlage handelt, dem Costa Terra Golf & Ocean Club, einem zukünftigen Luxus-Resort südlich von Lissabon, das noch nicht verwirklicht wurde. Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass sie nicht die ersten Royals sind, die angeblich Interesse an dieser malerischen portugiesischen Gegend haben. Angeblich haben auch Harrys Cousine, Prinzessin Eugenie, und ihr Ehemann, Jack Brooksbank, hier ihr eigenes kleines Stück vom Himmel. Aber zumindest haben Jack und Eugenie offen darüber gesprochen, sie warten auf ein echtes Gebäude, das zu ihrem Grundstück passt. Unterdessen scheinen Harry und Meghan eine großartige Zukunft an einem Ort zu planen, an dem noch nicht einmal der Spatenstich gemacht wurde. Lassen Sie uns nun die Absurdität dieses gemunkelten Kaufs aufschlüsseln. Der Costa Terra Club mit seinen geplanten 300 Immobilien ist im wahrsten Sinne des Wortes Teil einer Luxus-Anlage, die sich noch im Bau befindet. Die Preise beginnen bei bescheidenen 4 Millionen Euro. Stattdessen ist das angebliche neue Zuhause von Harry und Meghan eher ein Stück portugiesischer Dreck als eine schillernde Villa am Meer. Tatsächlich soll das gesamte Anwesen in den nächsten Jahren fertiggestellt sein. Während wir also alle damit beschäftigt sind, über ihre jüngsten Immobilieneroberungen zu spekulieren, stellt sich heraus, dass sie möglicherweise nur ein Stück Land besitzen. Man muss sich fragen, warum man sich überhaupt die Mühe macht, ein nicht existierendes Haus zu kaufen? Nun, einige sagen, dass dieser Schritt für Jack von Vorteil gewesen sein könnte, der offenbar an dem Deal beteiligt ist. Er könnte dabei helfen, diese Häuser zu entlasten, die in Portugal einen leichten Abschwung erleben könnten. Ist Portugal wirklich das nächste große Ding oder droht uns ein Dotflop? Der dortige Immobilienmarkt boomt nicht gerade und es wird gemunkelt, dass das Interesse an diesen Luxusprojekten gering ist, also hofft Jack möglicherweise, dass Harry und Meghan etwas königlichen Feenstaub auf das Vorhaben streuen können. Unwahrscheinlichen Fall, dass Harry und Meghan tatsächlich ihren Fuß auf ihr portugiesisches Grundstück setzen, könnten sie versuchen, ein Haus zu bauen und auf die große Eröffnung des Clubs zu warten. Aber angesichts des langsamen Bautempos sollten sie besser ein Mittagessen einpacken. Oder, wie einige vermuten, könnte Meghan dieses Gerücht einfach verbreiten, um in den Schlagzeilen zu bleiben. Wer möchte sich schließlich nicht vorstellen, dass die Herzogin sich in Europa niederlässt, nur als Ersatz für den Fall, dass die Sonne Kaliforniens ihren Glanz verliert. Dennoch lohnt sich dieser Kauf nicht. Die Discovery Land Company, die hinter Costa Terra steht, ist sicherlich legitim. Und andere Grundstücke befinden sich seit einer gefühlten Ewigkeit in ähnlicher Entwicklung. Und wenn das Portugal-Projekt diesem Beispiel folgt, müssen Harry und Meghan möglicherweise bis in Meggans 50er Jahre warten, bis sie einen Platz haben, an dem sie ihre Hüte aufhängen können. Uns bleibt also ein einfaches Grundstück und jede Menge Spekulationen, ähnlich wie bei den anderen Unternehmungen der Sussexes. Für geredet, sehr wenig vorzuweisen. Der Sinn einer Berühmtheit an einem weit entfernten, halbgeheimen Strandort besteht darin, dass man Privatsphäre verspricht. Aber irgendwie bezweifeln wir, dass das bei Harry und Meghan der Fall ist, denn sie scheinen mehr daran interessiert zu sein, relevant zu bleiben, als sich von der Bildfläche fernzuhalten. Es ist nicht das erste Mal, dass sie unter dem Deckmantel eines möglichen Kaufs bei einer dieser Entwicklungen gesichtet werden. Sie wurden vor einiger Zeit in Costa Rica an einem anderen Ort dieser Art entdeckt, der ebenso wie dieser noch in Arbeit ist. Bis das Costa Terra Projekt tatsächlich seine Türen öffnet, werden die Sussexes wahrscheinlich zum nächsten gemunkelten Immobilienprojekt übergegangen sein und auf der Suche nach schwer fassbaren Häusern rund um den Globus sein. Auch wenn Meghan und Harry uns gerne auf dem Laufenden halten, wirkt diese Geschichte weniger wie ein königliches Abenteuer, sondern eher wie ein gut inszenierter PR-Stand.